Namaste. Heute möchte ich dich zu einer Meditation einladen. Glück zu empfinden und dankbar zu sein, das sind zwei Dinge in unserem Leben, die ganz eng miteinander verbunden sind. Und besonders in Zeiten, in denen irgendwas in unserem Leben sich schwer anfühlt, ist es wichtig, sich immer mal wieder auf die kleinen Dinge im Leben zu fokussieren, die kleinen Dinge, die schön sind in jedem Tag, in jedem Augenblick. Und das ist auch das, was ich heute mit dir tun möchte. Wir machen heute eine kleine Dankbarkeitsmeditation. Und dafür möchte ich dich bitten, jetzt deine Hände vielleicht auf dein Herz zu legen. Du kannst sie auch in die Mitte der Brust legen. Es darf auch gerne nur eine Hand sein, also das, was sich jetzt für dich angenehm anfühlt. In der Mitte der Brust dein yogisches Herz oder wirklich auf dein physisches Herz. Eine Hand oder beide Hände, beides ist okay. Nimm dir Zeit erstmal zu spüren, ob die Hände die richtige Position gefunden haben. Und wenn du soweit bist, schließ ganz langsam deine Augen. Bring deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Atme ein paar Mal tief ein und aus. und spüre, wie sich dein Körper langsam entspannt und wie dein Atem gleichmäßig in deinen Körper fließt. Erinnere dich an einen Menschen, der dir sehr wichtig ist. Ein Menschen, den du sehr liebst. Und stell dir vor, wie dieser Mensch jetzt vor dir steht. Versuche ihn dir so bildlich wie möglich vorzustellen. Und erinnere dich an alles, was du mit diesem Menschen schon erlebt hast. Wie dieser Mensch für dich da gewesen ist. Wie dieser Mensch für dich da gewesen ist. Und wie viel Liebe zwischen euch existiert. Bedanke dich im Geiste bei dieser Person dafür, dass sie in deinem Leben ist. Bedanke dich im Geiste bei dieser Person dafür, dass sie in deinem Leben ist. Und erinnere dich jetzt an einen Moment, der für dich besonders wichtig war. Vielleicht als du deine Ausbildung abgeschlossen hast. Vielleicht als dein Kind geboren wurde. Vielleicht aber auch an einem Sonnenuntergang an einem ganz besonders schönen Ort, den du erleben durftest. Eine besondere Begegnung, ein intensives Gespräch. Versuch dir diesen Moment ganz bewusst in dein Gedächtnis zu rufen. Mit all den Gefühlen, die du gefühlt hast. Stelle dir vor, wie du jetzt auch die Dankbarkeit über dieses Erlebnis in dein Herz fließen lässt. Bein. Ichớ den tief. Ich habe den Kopf da gesehen. Sehr. Schön. Ich habe den Kopf da gesehen. Ich kann das Loch. Ich kann das Loch des Lern des Lerns too. Ich kann das so. Ich kann das Loch des Lerns auch nicht brechen. Jetzt gehe in Gedanken deinen heutigen Tag durch und erinnere dich an all die kleinen Wunder, die der Tag für dich bereit gehalten hat. Vielleicht eine duftende Tasse Kaffee oder Tee, vielleicht Blumen, die dir heute Morgen begegnet sind, vielleicht ein Blick, den du heute erhaschen durftest. All die kleinen Dinge, an denen du dich heute schon erfreuen durftest. Lasse all die Erinnerungen in dein Herz fließen und erlaube dir, tiefe Dankbarkeit für die Menschen, die dein Leben bereichern, für die schönen Erfahrungen und das Wunder des Lebens zu fühlen. Lasse die Dankbarkeit in jede Zelle deines Körpers fließen. Lasse dich völlig von ihr einnehmen. Stell dir vor, wie sich die Dankbarkeit mit jedem Einatmen noch verstärkt. Und dann wiederhole für dich selbst. Danke für einen neuen Tag und eine neue Möglichkeit, mein Leben zu erschaffen. Danke für die Wunder, die mir heute widerfahren werden. Danke für die Menschen, die mir heute begegnen werden. Danke für die Liebe, die heute durch mich fließen wird. Dann nimm die Hände in Anjali Mudra. Leg die Handflächen jetzt vor deinem Herzen aneinander. Und bedanke dich bei dir selbst dafür, dass du dir Zeit genommen hast, für diese kleine Meditation, Zeit dafür genommen hast, dankbar zu sein. Beug dich vor dir selbst, indem du dein Kinn Richtung Brustbein sinken lässt. Beginn dann langsam zu blinzeln, deine Augen zu öffnen. Und wenn dein Blick klar ist, heb gerne auch langsam wieder den Kopf. Dankbarkeit für die kleinen Dinge ist etwas ganz Wichtiges im Leben und es lässt uns Glück empfinden. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Namaste.